Wir haben hier bei Fröb Verpackungen in Wurzbach ein ganzheitliches Energiemanagement etabliert. Alle Energieströme wurden erfasst und analysiert. Mit der Restabwärme aus der Papierherstellung wird über Wärmetauscher in den Übergangsperioden der Betrieb vollständig mit Raumheizung und Warmwasser versorgt. Ein digitales Fließschema ermöglicht eine komfortable Anlagenbedienung. Wir haben mit diesem Projekt ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis erreicht und können auf eine Einsparung von etwa 65.000 kW im Jahr zurückblicken. Trotz aller Zwänge unserer Leistungsgesellschaft sind wir alle angehalten, ständig unseren Beitrag zu einem immer besseren Ressourcemanagement zu leisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017